Franka Lefeld zog auf ihrer Hochzeit mit Christian Lindner, 43, vermutlich alle Blicke auf sich. Die Journalistin und der Bundesfinanzminister gaben sich am Donnerstag das Ja-Wort, die standesamtliche Trauung fand auf der Insel Sylt statt. Im kleinen Kreise besiegelte das Paar seine Liebe. Zu diesem besonderen Anlass schmiss Franka sich ordentlich in Schale und strahlte in einem eleganten Jumpsuit. In ihrer Instagram-Story teilte die Chefreporterin erste Eindrücke der Zeremonie. Franka legte in einem weißen schulterfreien Jumpsuit einen formvollendeten Auftritt hin, ihre Haare waren zu einem strengen Pferdeschwanz gebunden. Beim Make-up setzte die Brünette auf Smoky Eyes. Aber auch Christian putzte sich für die Trauung ordentlich heraus, der Politiker trug einen stylischen blauen Anzug. Das war es aber noch nicht mit den Hochzeitsfeierlichkeiten. Am Freitag soll ein ausgelassener Polterabend stattfinden, am Samstag folgt dann die große kirchliche Hochzeit. Bleibt abzuwarten, in welchem traumhaften Outfit Franka vor den Altar schreiten wird.